Herzlich Willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Trials of Mana. Wir sind jetzt bei Teil 6 mittlerweile. Im letzten Teil haben wir uns durch die Kaskadenkaverne gekämpft und dort den Boss besiegt und kurz darauf auch gespeichert. Zudem haben wir Puck, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, das Licht-Elementar in unsere Truppe aufgenommen. Äh, von da kamen wir. Hier müssen wir weiter. Wir können nun auch Zauber verwenden. Ach, das war auch Dreckmal. So, äh, auf Hupen, 3, Hupen. Okay, da muss man auch tatsächlich aufpassen. Hm? Ops. Äh! So, äh! So, äh! I muss weg und weg und weg und weg. So, äh! Man kann auch sein, wie gut geht! Säge doch mal! Er ist Blind. Fertig! Ich bin wirklich zugegeben! Ich bin das Aber das in den Wasserschönen. Wo ist die Ferien? Es ist nicht so, ich bin die Säge, zu literally. Das ist ein paar Steinen. So, äh! Achtung! Das war's für heute. So, können wir hier probieren. Auf Q3 auch ein Zauber. Und sie teleportiert uns wieder herüber. Outsch! Auf geht's! Oops! Untertitelung des ZDF, 2018 Ich bin der Mensch, der der Lichter des Lichter, den Sieg. Ich bin der Vorher, im Moment. Ich bin der Vorher. Das ist das, was ich? Ich bin der Vorher... Ich bin der Vorher... Ich bin der Vorher... Ich bin der Vorher... Ich bin der Fall, aber ich kann nicht mehr als Menschheit sein. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Das war das Verbrechen, das war's für uns. Ich weiß nicht, dass ich dich auf dem Wettbewerb zu sehen und ich glaube nicht, dass ich dich die Kraft für die Manna. Ich hoffe, dass ich dich nicht umgekehrt habe. Schau! Wer ist das? Was ist das hier? Oira, Kevin! Hier ist der Wettbewerb. Beast-Hey! Wir haben ihn mit einem Taki-Tub. Wir haben ihn nicht geholfen. Wir haben ihn hier geholfen. Wir haben ihn geholfen. Warte mal! Wir sind gleich hier! Wie funktioniert das? Hey! Wir haben ihn geholfen! Hora! Was? 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 Was ist der Wettbewerb? Was die Delete darf uns schon amormalt... Wer wie ist das gedeutigelos? Nichts? Wchen certainly. Was ist der Wettbewerb des olhoaría ejercmäßioni. Was? Ihr ... sell wäre dein Wettbewerb. Was für den Wettbewerb, Emil. Thug es nicht bedarf. Ich werde allen works Hör inne. Entschuldigung... Ich weiß es nicht. Lugger war auch so. Aber... Es ist ein Unterschied. Okay, gehen wir raus. In der Fall, du hast du... Oh! So? Ich habe mich geholfen! Entschuldigung, Freddy. Ich wollte mich nicht mehr schlafen, dass ich mich nicht mehr schlafen habe. Ich bin bereit, dass ich mich nicht mehr schlafen kann. Ich bin bereit, dass ich mich nicht mehr schlafen kann. Na ja, ich bin bereit! Ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich gut hin. Ich glaube, da kommen wir jetzt an. Ah, und damit kommen wir. Auf den Funkelringen. So. Nun, bei Kevin ist es wohl relativ einfach wo man drauf geht. Mit möglichst viel auf Stärke. Ich guck mal kurz die anderen Sachen durch. Sobald das ordentlich schlecht ist. Na gut, aber hauen wir erstmal die Punkte in die Stärke. Okay. 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 Gut. Aber schauen wir nach Q1. So. Okay. Er hat noch eine Fettleite. Okay. Okay. So. Okay. So. So. Okay. So. Okay. So, bei den beiden sind die Schutzerfährigkeit noch fast aufgelaufen. So, bei den Schaden den Käppchen raushaut. Ja, schon eine ganz andere Hausdürmer bei ihm. So, bei den Schaden den Käppchen. So, bei den Schaden den Käppchen. So, bei den Schaden die Schaden öffnen. Vielleicht gibt es irgendwo ein Mechanismus dafür oder man muss das später machen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich bin mir gerade drin. Geh! Geh! Das war schon so stark, Rage! So schaden der Kevin Rosshose ist schon hart. Das war's für heute. Die Tür hat sich geöffnet. Oh, schade. Die Tür hat sich geöffnet. Die Tür hat sich geöffnet. Los geht's! Los geht's! Ah, sie wählt automatisch den, der am wenigsten Lebenspunkte hat beim Heilen. Das ist cool. Die Tür hat sich geöffnet. Die Tür hat sich geöffnet. Die Tür hat sich geöffnet. Okay, nicht in den Hallen. Ist was drin. Wir schauen uns eben nur auf der Seite um. Das ist ein Mist. Ich glaube, es ist eine Ausgabe. Das ist ein Mist. Oh, das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Wie geht's an den Staden? Das ist ein Mist. Die Bewohner sind alle ausgeflogen, aber Sachen kann man einpflanzen. Schauen wir uns doch eben in anderen Häusern um. Aber ich vermute einmal, dass die alle leer stehen. Die Bewohner sind alle ausgeflogen. Die Bewohner sind alle ausgeflogen. Schnell zum Hafen! So eine richtige Eile haben wir ja nicht. Wir kommen nicht raus, vermute ich. Was ich, wenn ich wechsle? Wer sagt das dann? Okay, alles klar. Oh, du kommst sofort raus. Wir sind schon wieder raus. Wir sind raus! Danke, dass du auf uns gewartet hast. In die Stadt kommen wir auf jeden Fall später nochmal wieder zurück. Das war's für mich. Ah, jetzt können wir seine Geschichte auch noch spielen. Dann tun wir das doch mal. Oh, das war's. Ich habe mich über die Möglichkeit, die Menschen mit den Geistigen zu retten. Ich habe mich über die Geistigen. Das ist das, Herr Schultzen. Ich bin heute auch sehr glücklich. Das war's für heute. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Der Tod ist ein einziges Ziel. Ich werde mich, wenn man nicht so ein Zitren verletzt. Äh, 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 äh. Höh, äh, 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 äh. Hm, der andere Hand ist es nicht. Geh, äh, 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 äh. Wenn du dein Gefühl hast, wenn du dein Gefühl hast, wenn du dein Geist hast, wenn du dein Geist hast, wenn du dein Geist hast, dann kommst du wieder. Warte! Ich werde dir eine Chance für dich. Ehehehehehe! Wie ist der Herr König? Bitte, dass du dich anst. Du musst dich anst. Du musst dich anst. Es ist auch kein bisschen Respekt. Im Englischen heißt er, Death Jester. Wir haben ihn damit mit Todesnahe übersetzt. Wie ist derures Kind in der Süden? Ich bin erinnert, dass du dich anst. Ich bin der Süden, der Süden, dass du mich anst. Ich bin in den Süden, als ich als ganz Mensch- und als Kind, der alsogarisch Kind, aber er hat ihn geißt. Die Kinder und der Süden, der Süden gibt es nicht. Das war's für heute. Da ist Niinig. Die Leute sind w början, im monk. Ich wusste nicht, aber sie sind außergewöhnlich. W sorrow der W причinkkraft-Kamys! Old Emilyich und unsere훈ik sind dann wie gerne. Ich werde mich aufs Grund und zurückkehren. Ich denke, du bist ein Wolf, als ein bull. Ich denke, du bist ein Wolf, als ein Dog. Du bist ein Extremismus, als ich das Menschen. Und du bist ein Kind. Ich denke, du bist ein Wolf, als du dein Kind. Du bist ein Wolf, als du deinen Geist. Ich bin mir sicher. Du bist ein Freund. Du bist ein Freund, du bist ein Freund. Du bist ein Kind. Das schaust wird doch nicht in derasaunen. Die Schaust und die Karte. Eine andere Frage, was ich hier im Kopf verstecken? Carl! Wir sind nicht mit Carl! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Carl! Was ist das? Stop! Stop! Ich kann nicht sagen, was ich nicht sagen. Das war's für heute. 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 Mal schauen. Wenn Trunen dann geöffnet wären, obwohl man sie ja eigentlich dann doch gar nicht gelootet hat. Zack, One-Hit ist er weg. Kevins Schaden ist echt schon übel. Hm, geile Männchen, hm. Charlotte ist ne Elfe. Oder ne Halbelf oder sowas. Angela hat auch spitze Ohren, die ist wahrscheinlich auch ne Elfe. Das heißt, wir dürfen in den Wald. Sehr gut. Guck mal. So, und dann geht es gegen den Seelenfresser. Guck mal. 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 Ich fand, dass er uns im Weg nach Wendel war ist. Das war's für mich. Meine Mutter, wirst du leben? Ich will mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Willkommen an Bord. Zumindest haben wir jetzt einmal die Gleichübersetzung genommen, die haben wir genauso genannt, Eichstadt Meier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020